Großkampftag in Schwerbach in der Rammhalle bei den TV 1848 in Schwerbach. Gestern drei Bavarian Race Turniere, heute drei. Das ist die letzte Runde vom Dritten und morgen gibt es nochmal drei. Ein etwas ratloser Turnierdirektor. Und Jochen Jan von Zifferin Unterarsbach. Willkant Loppen spielt gegen Copa King Sportbund Fersbach Matthias Ulrich. Der dritte Buiab spielt hier. Der dritte Buiab spielt gegen Wunder. Der dritte Buiab spielt gegen Wunder. Leiden gegen Jean-Luc Bartonitz. Aus Schwamach. Und Frank Fischer, der Linkshänder. Der dritte Buiab spielt gegen Stefan Tressel. Der hat heute ein paar Durchhänge. Und er ist wirklich bei jedem Spiel so richtig motiviert. Vielleicht auch ein bisschen überspielt. Weil er hat ja auch ohne Ende Bavarian Race Turniere gespielt. Der dritte Buiab spielt in den letzten Monaten. Gestern drei. Heute wieder drei. Unter Anfang der Buiab spielt gegen Wunder. Der dritte Buiab spielt gegen Wunder. Das war sehr gut. Dann ist es so. 18. Spiel in Serie. Ein bisschen merkt man schon, dass er nicht mehr ganz so fit ist, wie wir im ersten Spiel, aber das ist ja wohl mehr als verständlich. Vielleicht ist es das erste Turnier, der dürfte noch etwas Frisches sein. Matthias Ulrich Schreibtier hat also den Satz gewonnen gegen Jochenland. Was hat mich da was zu erwarten? Spielstärke ungefähr 1.700 TL Kunde, was Abonnuts betrifft. Matthias Ulrich dürfte auch ungefähr da liegen. Jochenland deutlich weniger. So, und der Herr Lawley hat hier offensichtlich den Satz gewonnen. Eine Art Ritual. Wo er jetzt ausnahmsweise mal nicht normalerweise zieht, hat er jetzt in der Satzpause beim Seitenwüchsen immer seine Hände kurz an. Das könnte Pech bringen, dass er das jetzt nicht tut. Aber er ist zu still sein Glücksspiel. Das sind wir abergläubig. Ja, es gibt durchaus so eine ganze Menge Spielspieler, die so ihre speziellen Rituale haben. Und ich da an unsere gute alte Doktor Petra Casson denke. Anfang der 70er Jahre, Damen und Bundesliga, Schüler oder Jugend-Nationalspielerin, weiß man nicht genau. Vielfache bayerische Meisterin. Wie ist es überhaupt nicht an dem Tisch? Und hier ist so ein kleines Stofftier, das dann immer unter der Platte bleibt. Und da gibt es unendlich Beispiele. Für Abertraum und für Sporttraum. Und da gibt es unendlich Beispiele. Und da gibt es ein kleines Stofftier. Und da gibt es ein kleines Stofftier. Und da gibt es ein kleines Stofftier-Nationalspiel. Jetzt in der Sache der Psyche. Suggestion sich einzulegen, es kann nichts passieren. Da ist immer alles bei mir. Wie steht es denn das letzte? 2.1 für mich noch. 2.1. So, jetzt haben wir es aber hier. Nicht, dass man mich Lügen straft. Satzpause. Und schon wieder zieht die Jacke an. Um sie gleich auch wieder auszuziehen. Denn während des Spieles ist die Jacke ja gar nicht erlaubt. Und eigentlich auch eher hinterlich. 2.1 Leidl. So. Was geht da noch? Das sehen wir auf dem nächsten Video auf Youtube. 3.0 Steinbrecher. Leidl gegen Bartschomitz. Spaß. Jessica sagt, er kann sich nicht kennenlernen. 2000-03 Media Duklauer. 20.704 30. 107.005 30.005 30.002 31.004 30.004 30.001 31.004 30.005